Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute ist der gute Michael mal wieder unterwegs mit den Perks, Zorn des Gespensts, beständig, brutale Stärke und Geiselhaken, Schmerzensescho. So, gucken wir doch mal, dass wir die Überlebenden schnell finden und gerne einen Haken befördern können. Machen wir mal die Generatoren ab. Okay, hier auf der Seite wird dann gar kein Generator. Ah, da oben sind sie ja. Hallo, meine Lieben. Ja, gut. Da bin ich schon fast in der 2. Können schön die Tür noch eintreten. So. Und hier mal den Generator treten. So. Und hier die Tür eintreten. So. Da konnte ich mir jetzt mal ein kleines bisschen. Diabolik ergaunern. So. Da arbeitet schon wieder jemand dran. Schade. Ich habe gedacht, ich kann ihn vielleicht wegziehen. Das war geschätzt noch ein bisschen. So. Da unten ist Bill. Hallo, Bill. Hallöchen, Bill. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Egal. Die Ekaletten kaputt machen. Die Zorn des Gespensts zu aktivieren. Sprintboost hat er auch noch. Das wird dir aber nichts nützen, mein Freund. Ich soll dich kriegen. Die haben den ersten Generator jetzt schon gemacht. So, ein bisschen Geiselhaken. Da habe ich einen Geiselhaken. Ja, perfekt. Da hängen wir doch gleich mal jemanden dran. So. Ja, jemanden. Den Bild zum Beispiel. So, zack. Dann damit hier. Oh, da oben. Okay. Diabolik 3 ist quasi ready. Mal gucken, ob ich die vielleicht. Nein, kann ich nicht. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob ich die noch davon abhalten kann. Oh nein. Hör doch auf damit, Mensch. Oder wo ist sie hin? Egal. So, jetzt. Die Diabolik 3 muss jetzt richtig reinhauen. Macht nichts. Denn jetzt haben wir Zorn des Gespenst. Und Diabolik 3. Und da habe ich dich. Die hängen wir auf. An Geiselhaken kriegen wir die. Und da oben am Galgen arbeitet die Nancy wieder. Ihn wohin hängig fest. Oh Gott, ich muss Gas geben. Schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller, schneller. So. Hä? Wie machen die denn die Generatoren so schnell? Das ist schon wieder eine absolute Unverschämtheit. Hallo, Bill. So. Hab dich. So, ich muss jetzt richtig auf die Kacke hauen, dass das noch was wird. So. Da vorne hängt noch jemand. Hier mache ich mal die Wand weg. Ich will dich nicht hunden, aber da bleibt jetzt leider nichts anderes übrig. Ich kann jetzt nicht Leute suchen, die nicht da sind. Okay, da ist sie, Nancy. Ich kann sie noch kriegen. Ich kann sie noch kriegen. Ein bisschen. Reicht mir. Da habe ich sie. Hallo? Wo? Ja. Ja. Was willst du? Kriege ich den Bill noch? Oder haut er ab? Ich stelle jetzt erstmal die Nancy auf. Bill ist geheilt. Mega schnell. Okay. So, zack. Und du kriegst noch einen Geiselhaken. Da wurde sie schon gerettet. Die Bill ist tot, wenn ich ihn kriege. Okay. Hab dich. So. Ja, Bill ist tot, wenn ich ihn jetzt anhatten kriege. Du kannst ja durchspringen, so viel wie du willst. Die sabotiert. Okay. Gehen wir weiter an den nächsten. Das ist schon okay. Und da sind die Generatoren fertig. So, Bill ist tot. Was mache ich mit dem Rest? Zwei Verletzte habe ich noch. Ich werde sich jetzt aber nichts erscheinen. Ich kann mir vorstellen, dass da oben Clodet ist, die mich ablenken will. Ah, nein. Hab ich dich. Du bist auch tot. Vorausgesetzt. Die Nancy lässt mir den Haken. Aber die Clodet könnte schon das Tor aufgemacht haben. Ah. Gehen wir das zweite Mal. Und jetzt muss ich nur rausfinden, welcher Ausgang eröffnet ist. War hier eben Clodet. Ah, nein. Das war der Kieb hier auf dem Stuhl. Okay, die lässt sich sterben. Und Clodet kann rausgehen. Okay. Gut. Leider nicht alle erwischt. Aber drei von vier ist doch trotzdem in Ordnung. Kann ich mich nicht beschweren. Bin ich zufrieden mit. Ja, das hier sind unsere Überlebenden. Und ich hoffe, dass euch die Runde gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Deppel.de erzählen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.